Musik Dann, wir kommen zu Verlosen. Verstand, der von heute verstand. Was nehme ich an? Aus der Kunde, eine Sache abschicken und dann geboten. Bei uns gibt es hier immer ein bisschen Verhandlungen, aber wer sorgt dafür, dass die nachher in der Nacht noch vorführen? doch leise 20 klar lass mal 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 hat und so ein verlorer verstand das heißt wirklich so man kann es jetzt frei besetzt natürlich der verlorene verstand aber ich glaube es ist ein katholische Hersteller es sind ziemlich neue Spiele noch ich wollte mal reingucken das heißt nicht das lange Spiel jetzt aber es ist ein bisschen weiter zeigen wie es aussieht und ich hoffe ich komme mit der Denkung zu es ist mit Kontrollschieber und mit Keyword drücken aus ähm ja wir schauen einfach mal schauen wir auf ein neues Spiel so einfach gucken was kommt Messgelände mit einbauen die Grafik kann ich noch nichts sagen ich bin einsam hier mal schauen wir nicht ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr zu vergesen dann regiere ich was das Spiel angeht ich bin einsam hier mal schauen wir nicht habe ich viel zu vergesen zu vergesen dann regiere ich was das Spiel angeht eine überwiederholt schnee Hier ist jetzt Schnee, ganz auf Schnee nach. Ein weiter Baum, quasi so Hauptsache. Das sind wie ein paar verwahrten Sachen, was das hier ist. Das Spiel heißt wirklich unverstanden. Das ist ein Adventure-Spiel. Mal gucken. Mal gucken. Komm. Ein anderer. Ah. Okay. Okay. Ah. Spielende. Gestorben. Wie kämpft es hier Licht? Da ist es oben. Wie Gott, vor einem Baum. Wie ein Hohes. Meiter Schlampe. Hier. Licht an, Licht aussteht da nicht. Also vor allem. Änder wahrscheinlich. So. Ich muss hier etwas kurzes ändern. Texte ändern. Vielleicht fang ich... Gleich geht's los. Ja schon. Ah, hä? Ach. Äh. Ich fach mal gucken. Hier. Ich habe hier die Einschränke ändern, eben. Texte. Okay. No. Ja. Inan. Einmal gleich. und selbst bisher machen Okay. Ich glaube ich kann. Okay, naja. Dann kann man nichts machen. Weiß auch nicht. So, durch. Ah, ein. Das werden schon wieder gelassen. Ich fühle mich hier ab. 1-3-D-Evra-Lav, Haga. Haga, ich hab nix. Was ist das Schmack? Schau, schau. Schau, schau. Ja? Was ist das? Vielen Dank. 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 Yeah. Wow. Toll. Yeah. There's... Yeah. 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 Also wenn es jetzt aussieht, ist es einfach nur ein Urgarten, hier bis jetzt, wo sich die Wege zwischendurch ändern zwischendurch, jo, ja, 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 ich habe gerade vorge... Aber ich... Hä? Was ist denn hier für... Also, stand genau. Wir schauen erstmal nochmal später hier rein, damit kann ich nichts machen hier, bitte. Ja, guckt... Ne, das ist eigentlich nur... Ich besetze es dann nur ein Rätsel, das Spiel, das so nicht. Ich habe nur reingeguckt gerade. Ja, es wird auch ein Urgarten, wo ich durchlaufen muss, aber... Da ist ein anderes Spiel. Hm. Mal schauen. Naja. Mal schauen erstmal. So. So. naja wir schauen einfach mal so ja so ist ein start das erst mal so weit dazu dass dieser erscheint ein wirkliches spiel so schön dann mal reingucken wie es genau funktioniert aber für erst mal reinzuschauen reicht erst mal ich guck gleich noch mal rein später noch mal rein und jetzt gleich erstmal war die lange pause und gucken was das für das spiel ist merkwürdig so bis jetzt gleich erstmal und ja gleich weiter wie gesagt bis dann gleich in einer stunde zeitenaufnahme